Eine Botschaft von Sir Longarm ist eingetroffen. Die Ratte wuchs als gewöhnliches Kind in den Ländereien der Familie de Pys auf. Der Herzog zeigte sich seiner Mutter gegenüber wohlgesonnen und sorgte dafür, dass ihr keine Steuern auferlegt wurden und dass sie genug zum Leben hatte. Jahre später kam ein Botschafter des Weges und es stellte sich heraus, dass der Vater der Ratte eben jener Herzog de Pys war, für den seine Mutter einst als Schankdirne gearbeitet hatte. Ein tragischer Unfall, bei dem die gesamte Familie de Pys von der See verschlungen wurde, brachte die Ratte an die erste Stelle in der Erbfolge um den Titel des Herzogs. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Was ist das nicht? Was ist das nicht? Was ist das nicht? Wir benötigen Holz. Was ist das nicht? Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Bin zur Stelle! Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Sie haben uns entdeckt, Sire. Wie lauten eure Befehle? Mein Bogen ist euer. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Bin zur Stelle, mein Herr. Sind auf dem Weg! Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Knochen. Wir verlieren ein bisschen Goldvorräte. Ich bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Unsere Schatzkammer leert sich. Ich bin zur Stelle. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, mein Gott. Ja, in Bewegung. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja, Rücken aus. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bogenschützen bereit. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Unsere Kundschafter melden eine weitere Gruppe mit Männern der Ratte, die sich uns nähert. Werden wir ihnen die Stirn bieten? Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Mein Herr, in Bewegung. Eure Befehle? Rücken aus. Die Truppen der Ratte greifen an. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Die Truppen der Ratte. Die Truppen der Ratte. Die Truppen der Ratte. Bin zur Stelle. Ja. In Bewegung. Wir benötigen Gold. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seier. In Bewegung. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Seier. Es werden Waffen benötigt, Seier. Rücken aus. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Die Truppen der Ratte greifen an. Es werden Waffen benötigt, Seier. Bin zur Stelle. Unsere Schatzkammer leert sich. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seier. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Gold fließt in die Schatzkammer, Seier. Ich bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seier. Bogenschützen bereit. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Mein Bogen ist euer. Die Schatzkammer leert sich. Bin zur Stelle, mein Herr. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Seier. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seier. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Ja. Wir verlieren ein bisschen Gold. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Die Truppen der Ratte greifen an. Das Vorratslager ist voll, mein Lord. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seier. Mein Bogen ist euer. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seier. Die alte Bessie verhält sich ein bisschen komisch, mein Lord. Viele andere Kühe eben... Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seier. Die Truppen der Ratte greifen an. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seier. Es werden Waffen benötigt, Seier. Der Feind ist bezwungen. Die Feiglinge sind davon gelaufen, Seier. Wir holen sie nicht mehr ein. Sie verraten uns mit Sicherheit. Sieg!